Ja, schönen guten Abend zu den Vierer Chaos-Tagen. In SmackTown! Au. Au. Zu den Vierer Chaos-Tagen. Mit dabei ist neun, Lord of Krieger, ich habe Krieger im Projekt. Au. Sind die jetzt geklagt? Was ist zu tun? Nein. Außerdem haben wir neu hinzugefügt. Es wird PvP auch geben. Außerdem wird es diese Viererkonstellation in der Aufnahme nicht permanent geben. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorge machen, dass wir jede Aufnahme dieses Gesicht sehen müssen. Diesen Steve-Kopf. Zudem wird die eine Fraktion höchstwahrscheinlich aus Krieger und mir bestehen. Und die andere Fraktion aus Gurke und Hoffmann. Aber das heißt nicht, dass wir nicht zusammen aufnehmen. Und ja, das hier ist jetzt der Projektstart. Jeder hatte am Anfang 16 Porkchop. Wir haben auch 16. Ich hab noch 14. Ich hab noch 15. Ich hab auch noch 15. Wir haben 14. Wir sind jetzt schon weiter in der Rangliste als ihr. Easy, bitch. Okay. Für alle, die nicht wissen, um was es geht. Falls ihr das Infovideo nicht gesehen habt. Wir probieren uns aufzufarmen. Eine kleine Art Stadt zu bauen. Aber jetzt halt erstmal aufzufarmen und später auf den Enderdrachen zu töten. Genau. Was in den Teams jetzt die Dinger bauen? Na, wir bauen schon zusammen. Na, und dann wird's mal ein BVP-Videos geben, sag ich mal so. Und dann, aber die Hauptsache ist, den Enderdrachen zu killen. Genau. Und Heiko ein bisschen Minecraft quasi beizubringen. Genau. Und ein bisschen abzufarmen. Genau. Ich würde sagen, los geht's, wir brauchen mehr Fleisch, Krieger. Nein, okay. Dafür gibt's Pilze. Ist auch wieder wahr. So. Ich brauche jetzt gleich mal die Pilze ab. Hier, äh, Krieger. Wir gehen nicht in dieselbe Höhle. Wir gehen nicht in dieselbe, hab ich schon platziert. Wir gehen nicht in dieselbe Höhle, würde ich sagen. Dass wir getrennt uns aufbauen. Sondern ich mach mir jetzt ein Schwert und reck die weg. Ja, genau. Wie Varro. Okay. Nein. Ja, warum? Ich wollte die jetzt mal wegrecken. Gurker, was ist denn unser Plan? Wollen wir... Genau. Erstmal Grundausstattung herstellen. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Äh, ich war noch neben dir. Äh, wo bist denn jetzt? Ach, da bist du. Ich will vielleicht Felix. Komm mal hinterher. Ich hole von Stein. Das ist nämlich, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen. Ich komme quasi. Ich komme hinterher. Ich komme hinterher. So, erstmal Holz. Ganz viel Holz. Holz ist das mal wichtig. LOL. Ähm. Ich höre ein Skelettsch. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ähm. Ist das hier möglich, so ein Holzschwert zu machen? Warte mal ganz kurz. Ähm. Wir machen jetzt mal eine Workbench fertig. Felix, ich glaube, ich sehe deinen Namen. Äh, nicht, äh, Schwert und Axt wäre auch nicht schlecht. Äh, siehst du irgendwas? Nee. Jetzt. Oh Gott, Felix. Ey, sorry, aber für die Aufnahme so dunkel hat sich das auch nicht. Oh, schön. Hier ist eine Holzakle erstmal. Ach, ich bin wieder da. Ficksteil. Nee, wir machen Arschmalz. Mach mal hier. Krieger, mach mal zwei Schwerter. Der Schildwatter. Und dann wegkriegen? Nein. Oh, dankeschön, dankeschön. Droppst du mir eins? Äh, hier. Ist es. Danke. Ich baue die Kohle hinten gleich mehr ab. Ja. Und lass dann aber trotzdem in separate Höhlen gehen. Wegen, äh, mehr Loot quasi, weißt du? Dann hast du quasi auf Eisen, nicht auf Eisen gehen. Und nicht wundern, dass ich das gerade gemacht habe, aber ihr habt gesehen, es war echt dunkel. Ich hab nix gesehen. Hast du vielleicht noch ein bisschen Holz, Felix? Äh, ich hab noch 15. Wollen wir auch ein bisschen Schifte? Nein. Ach so, ne Axt bräuchte man auch ne Old Axt. Ähm, Krieger, geh aber bevor du komplett auf Höhle gehst, geh nochmal hoch und hol noch mindestens ein bisschen Lock, dass du so an die 16 Locks hast. Am besten. Tag, easy. Essen, okay. Ähm, ab wann wollen wir drauf gehen dürfen? Also ich würde sagen, sobald jemand, äh, Full Dia ist, gibt's den ersten Kampf, oder? Oder Full Iron. Okay, gut, Full Dia ist okay. Also, ähm, Krieger und ich sind sowieso eher auf Kampf, glaube ich, oder? Klar, Mann, Digga, ich hab seit Wochen nur noch PvP. Was ist das denn? So, warte mal. Nein, 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 geh weg. Oh, zombie, geh weg. So. Damit das jetzt nicht direkt am Anfang Nacht ist. Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Hast du da ein Befehl dafür extra? Ja. Ja. Der nennt sich, äh, OP-Rechte auf meinem Server. Naja, gut, auf Grifo Games hast du dann... Felix! ...deim und... Ja? Ich seh schon wieder nix mehr. Ja, das liegt, weil die Dings aus ist. Die Nachtsicht macht dir Fackeln. Hab ich. Gut. So, Leute. Ich hab, äh, Chestplate. Ach, ne Schaufel, nicht. Hi, ich bin auch bei dem. Schaufel, brauchst du noch. Brauchst du noch ne Axt, oder so? Ich lasse mir jetzt eh erstmal alles, was ich so brauche. Schau mal hier. Ähm. Axt. Weiß schon, mein Schaufel. So. Mal noch schnell in die Schaufel. So. Ja. Was willst du mit der Schaufel eigentlich gerade? Gut, Dreck. Kann's auch mit der Hand abbauen, aber wir brauchen ja gerade eigentlich kein Dreck, wir brauchen ja Steine und alle sagen... Ja, ich will ja runter, ich will ja runter. Wir brauchen... Wir brauchen... Egal, ich geh erst schon mal ein Stück weg, ne? Ja, ich finde so... Okay. Das, ich mach mal ein bisschen Kohle. So Leute, weil... Es gibt eine Sache, an die hat Krieger nicht gedacht, aber an die denke ich jetzt dafür. Die MSG ich ihm jetzt mal. Oh, oh, oh. Bitte keine Pornoseiten, ne? Hoffentlich 10.000 davon, bitte. Hier läuft einfach ein Enderman rum. Der ist richtig. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Ich... Weil du's halt nicht direkt geholt hast, weißt du? Ja, chill. Das mach ich meistens immer nach der Höhle. Also nachdem ich fertig bin. Ne, ich mach ich direkt. Das, wenn ich oben bin, meistens schon... Weiß ich ja. Ne, ich bin zu faul. Ne, ne faul Sogge, ne? So. Also ich hab jetzt schon mal ne Eisenbrust. Wer will denn ne Rüstung? Ob noch nicht. So, so einer bist du also. Das werden wir im ersten Kampf sehen, ne, Krieger. So Rüstungen brauch ich. Ich flex die... Ich flex die so aus von weg. Ich sag's dir. Also... Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir werden an Heiko die ganze Zeit töten oder so. Keine Sorge. Nein, das ist... Asch war nur Fun und so und... Nur damit. So, als wenn's gerade ein PvP-Team gegen ein PvE-Team ist, aber... Egal. Oh, boah. Ey, warum? Felix ist im PvP gut. Wenn er gut drauf ist, dann ist er gut. Und wenn er... Ich hab grad gesagt, wir haben ein PvP-Team gegen ein PvE-Team. Das ist falsch. Ich weiß, aber Felix ist... Ich bin kein PvPer. Das wollte ich eben grad sagen, aber du hast mich nicht ausreden lassen. Ich würd mir sagen, er ist mehr PvP als Heiko und ich, also folgendessen. Ja, das auf jeden Fall, aber... Äh... Grundsätzlich bin ich nicht PvPer. Also... Ich rede auch nicht über das Grundsätzliche. Ich rede ja nur über das Allgemeine. Und wenn du das Allgemeine... Ja, gut. Da hat er vielleicht... Rüstung, da hab ich... Warte mal. Aber... In Minecraft kommt es immer nur auf eins tatsächlich an. Klar, Skill ist wichtig, aber wenn du... ...ein Equipport-Trell hast... ...bist du es eigentlich schon gegessen, ne? Ohne Scheiß. Wenn du zum Beispiel eine Deer-Rüstung hast, ne? Die wohl nicht verzauert ist. Das... Das... Mach ich dich fertig, wenn ich eine Eisendrüstung mit Pro3 oder so hab. Haben wir ja gerade gesehen, ne? Du hättest dich nie so gerade runtergraben. Das kann... Bösenden. Ich hatte kein Feuerresistenz, danke. Ich hatte ein Eisendrüstung mit Schärfe 3. Ja und? Ja, Sharp 2 ist auch nicht viel besser als Eisendrüstung. Ja, aber was ist mit deiner Rüstung? Ja, Full-Prot 4. Ja, schau. Ja, und was hast du? Du hattest auch Full-Dia. Also, so... Du hattest gerade viel, aber das... Das ist das gerade perfekt. Das macht schon einiges aus. Ja, aber auch. Ach ja. Asch war ganz kurz runter und dann... Ist ja auch wurscht. Ich will mich jetzt hier nicht streiten. Ich denke, wenn ich richtig gut drauf bin, bin ich auch ein schwerer Rap-PVP-Gner. Haben wir den richtigen Busi? Ja. Ja, echt. Ja, aber irgendwas ist... Also, kann sein, dass ich da jetzt so an Bausuch mit dem Nachtsicht-Perk gewohnt bin, aber sind die Höhlen echt so dunkel? Ja. So, ich habe schon mal ein bisschen Gold gefunden. Ich dachte, man sieht wenigstens ein bisschen was. Nein. So, wir können schon mal Goldsacht basteln. Felix, machen wir das dann? Der Gold, wer er verkehrt ist im App befinden. Habe ich dir gerade geschrieben. Also, Goldsrüstung ist total... Das bringt uns gar nichts. Ja, wir bauen ja dann schön offen... Wir bauen ja dann zusammen mit denen dann auch später die Base, weißt du? Ja, wir spielen ja nicht... Das ist ja genau, dass ich meine, es geht ja nicht grundsätzlich um das PvP, weißt du? Ja, das schon. Aber, ja... Ich kann diese Scheiß... Ich kann das Eis nicht ab und ich bin zwar im Spawn. Wenn ich jetzt tausend Abonnenten hätte und könnte meinen Kanal modernisieren, werbung weg. Ja. Ah, hier ist auch nichts. Das ist manchmal so, Heiko. Wow, das war eine tolle Höhle. Felix, was für Richtung bist du gelaufen? Also Koordinaten ungefähr. Äh... Äh... X ist Richtung... Nicht Richtung Null und... Äh... Also und... Y ist auch Richtung Null. Gold. So, die Frage ist halt... Wollen wir uns jetzt trennen? Willst du alleine arbeiten oder...? Nein! Zusammen! Ich habe... Schöne Goldmine. Ja, das große Problem ist, die zu folgen ist ein Kraftakt, weil ich jedes Mal hinterher buddeln darf. Und ich einfach quer runter... Du kannst doch runterfallen. Ach so, da bist du... Jedes Mal Schaden kriege. Jedes Mal, wenn ich runterfalle. Oh, schön. Das ist halt... Weißt du mal, wie lang wir aufnehmen? Äh... Äh... Ich würde sagen, so 20 Minuten pro Video. Ja, ja. Aber wie lange nehmen wir gerade auf? Äh... 12 Minuten. 13. Ach, cool. Ja, wir machen dann heute aber gleich ein paar mehr Videos, oder? Ja, klar. Okay. So... Also, ich mache heute nicht nur eins. Ich will für die ganze Woche am liebsten vorproduzieren. Also, Selix, ich habe Urlaub. Ja, ja, ich weiß ja. Äh... Wollen wir weiter runter, oder...? Mainz? Ja, wenn wir ein Diamanten und sonstiges früher später ran müssen, müssen wir das. Ebene 12 sind Diamanten. Oder 11. Oder 10. Also 15 bis Layer 0. Ja, auch Diamanten finde ich. Das ist kein Problem. Hahaha. Bin ein Diamantenspielhund. Oh ja. Ich glaube, da habe ich einfach plus ein teuer. Hahaha. Ja, ich hatte mich halt eher so ein bisschen anders nach unten, so. Da bitte wir auch hoch und runter kommen können. Ah, wir haben noch kein Zuhause, stimmt. Da bräuchte mich... Bei Felix, geht das hier auch mit dem Suppen, oder...? Äh, kann man das hier mit dem Bett bauen? Geht das hier? Den... Ja, wir können... Wir können Betten bauen, klar. Das ist... Das stinkt nochmal Vanilla, Leute. Ach so. Jetzt können wir auch... Speichelpunkt... Hätten wir vielleicht oben mal ein Bett bauen sollen. Ja... Ja... Ja, war nicht sinnvoll. Äh... Wir können Betten überall aufstellen, theoretisch. Ja, aber... Dann... Die, äh... Items, wenn der sterben sollte, ne? Ja, doch, mehr, mehr nicht, ja, eben. Da hilft dir das Bett dann auch nicht viel. Ja. Bald. 4 Gold. 4 Gold. Das war die Koordinaten Richtung Null. Wir haben versucht halt immer so zu bauen, dass du quasi eine Treppe machst, weil dann kann man immer wieder hoch und runter kommen. Mhm. Weil ich muss jetzt jedes Mal eine neue Werkbank machen, wenn wir irgendwo hingehen und irgendwas Neues machen möchte, weil ich hier nicht wieder abreiße. Hm. Das halt steht so überall... Ja, ich... Ich... Ich bin ja immer noch... Ich bin ja immer noch bei Grifo Games und bei... 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 Ähm... Bausucht, weil da ganze... Ja, einfach wenn du nach Hause möchtest, ne? Jo. Da hinten mal ein bisschen Gold. Ja. Ich glaube, hier ist ein bisschen... Hier ist nicht. Hier ist nicht. Ja, wo sind das ist eine Kack scharf jetzt? Hast du gesehen, was ich dir geschrieben hab, Krieger? Da bin ich. Ah doch, ja. Ach, hier ist alles auf englisch. Was ist denn deutsch? Ich glaub das. Kannst umsteigen. Ich bin schon auf dem Weg, Felix. Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass du das jetzt nicht so unbedingt brauchen. Also das Farm zusammen, weißt du? Ja, aber trotzdem so in die leichte Richtung will ich eigentlich schon... Ähm, hast du die ganzen Sachen schon? Was dann? Was du denn geschrieben hast? Was du denn geschrieben hast? Äh, ja, habe ich. Also für ein Bett hab ich gar nicht. Ich hab 6 Wolle. Ich hab 6 Wolle. Bett brauche ich, finde es aber nicht so sinnvoll halt. Ja, habe ich. Jede Menge sogar. Ich sag mal so, im Bett braucht man ja dann immer mal die Bände. Hä, warum? Wir sind nicht in the forest. Das Spiel speichert automatisch. Achso, okay. Ich dachte immer, das war... Wir sind immer Online-Server. Wer ist dafür, dass ich den Regen ausmache? Mich stört es eigentlich nicht. Auch wenn ich... Auch Basti so irgendwo da war. Wir sind ja... Wir sind ja... Wir sind ja hier unten. Ihr seid in der Höhle? Ja, okay. Gut, dann lass ich den an. Bist du auch in der Höhle, Felix? Mh, ne. Ja, dann mach aus. Ich bin grad nämlich in der Schlucht. Dann kannst du ihn von mir ausmachen. Weil es ist so oder so nacht. Ob das jetzt... Das macht keinen Unterschied, ob es regnet oder so nicht. Ich, ähm... Warte, Felix einfach irgendwo in die Seite reinhauen. Bitte, wenn hier Lava ist. Hm. Weil ich weiß nicht, wo die Lava genau ist. Ich höre noch nicht. Wirst du Lava? Ja. Ganz deutlich. Guck mal. Was ich gerade gefunden hab. Also, die nächsten Folgen nehmen wir dann alle noch zusammen auf, ne? Würde ich sagen. Oder wollen wir lieber einer kleinen Konstellation dann erstmal reingehen? Ja, ich würde sagen, wir nehmen alle Folgen komplett auf. Wir können ja alle in, äh, äh, Ding. Ein Chat sein. Also... Ein Dingsen. Männischer. Channel. Ja, ja, das ist klar, aber... 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 Aber das wir... Also, jede Folge nehmen wir nicht mit allen Leuten. Weil das ist mir dann zu anstrengend. Vor allem, wenn Krieger und ich dann irgendwas vorhaben, weißt du? Ja, muss halt jeder auch Zeit haben, bisher auch durch. Ja, klar. Ja, klar. Leute, schaffe ich diesen MLG? Schreibt den in die Kommentare. Nimmst du denn auch? Und ich habe ihn geschafft. Nein. Schreibt Gildare. Ich habe die Kinder... Ich habe die Kinder... Die können ja dann raten. Schauen, jetzt habe ich ja gesagt, ich habe es geschafft. Und... Äh, alles klar, Diamanten voraus. Wir müssen mich noch einmal vorbereiten. Ja. Ach, welchen Doko, ah! Ich muss es nur kurz alles vorbereiten. Wir brauchen halt einen Spitzhacker dafür. Und einen Eisen. Aber wir haben Eisen. Ich habe doch. Ich habe noch ein paar Eisen dabei. Hilfe! Äh, wir bereiten jetzt erst mal vor. Ich mache jetzt erst mal eine Werkbank. Zack, zack. So, ich habe noch ein paar Eisen dabei. Wir haben schon... Ja, hast du das gehört? Wenn du wüsstest, was ich schon alles habe. Oh, da hinten! Oh, da hinten! Oh! So... Bist du tot? Wunderbar... Äh... Einerz! Wichtig? Fragst du einmal... Ich bin auch eben gerade hier runtergefallen. Habe ich auch erst mal kurz. In den Ofen? Hallo? Mal ganz kurz. Was? Ofen? Voll die fette Schlucht, Felix. Eisen? Äh, mit voller Karacho drunter. Wie heißt es denn Eisen? Ich bin auch in so ein Loch. Eisenerz! Ja, das... Ich habe das auf Englisch. Iron! Und ich kann es auch auf Deutsch umstellen. Option und dann gehst du auf Sprache. Also Language. Und dann kannst du es auf Deutsch umstellen. Option? Ja, klar. Wo, 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 wo? Option... Language. Das müsste das... Ah, ja. ... linke Seite... Ah, habe ich auf Deutsch. In Deutsch. In Deutsch. Kannst du dir anklicken? Äh... Äh... Lord of Krieger hat auch Diamanten. Auch nice. Oh, jetzt geht's. Äh... Und das nicht wenig. Äh... 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 Ich nehme gleich Obsidian mit, ne? Ja, bitte. Ich habe spontan keine Rückmeldung. Das ist normal. Äh... Der komplette PC muss alles jetzt verarbeiten. Äh... 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 Ja, hallo. Das ist so... Ja, jetzt. Endlich. Möldchen. Komm mal, okay. Bitte. Aber immer noch keine Rückmeldung. Wie ist das? Okay. Okay. Ich möchte das gerne auf Sprache haben, aber... Mach doch mal auf Deutsch, hallo. Mach doch mal. Mach doch mal. Du jetzt. Mach... Jetzt. Ach... Das... Hätte ich jetzt gesagt, oder? Äh... Oh, ich habe so schöne Diamanten da und gesehen. Nur Zaubertisch oder ähm... 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 Äh... 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 Ich hätte gesagt, einer von uns macht noch Veneta. Ja, machst du Veneta, will du? Äh... 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 Ich habe noch keine Diaz. Mach du Veneta. Ich habe es auch schon für den Zaubertisch. Hm. Und ehrlich gesagt, ich hasse es. Obsiden abzubauen. Ich habe die Aufnahme. Achso. Und das heißt, ich muss die Scheißarbeit machen, oder? Ja. Wollen wir... Wollen wir erst mal die Aufnahme stoppen? Wir sind bei 21 Minuten. Bei 21 Minuten. Ja, dann... Jo. Weil ich komme erst mal nicht weiter wegen... Ja, keine Rückmeldung. So. Achso, ja. Können wir machen. Ja, dann... Meine Aufnahme. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Abo und ein Like da. Guckt auch bei den anderen vorbei. Also sprich bei Heiko und bei Gurke. Gurke nimmst du aus? Nein. Guckt auch bei Heiko vorbei. Ich habe leider keinen YouTube-Kanal. Lasst auch drüben ein Abo und ein Like da. Und ja, ich würde sagen, schreibt in die Kommentare... was ihr für Wünsche habt in dem Projekt. Und dann würde ich sagen... Aktiviert die Glocke. Wenn ihr eine schöne Glocke haben wollt. Und auf Wiedersehen. Genau. Da schließe ich mich an. Also, gegenseitig Abos rein, Kommentare rein und... Ja, vielleicht funktioniert dann auch beim nächsten Video meine Sprache. Alles klar, ihr Lieben. Ich bedanke mich vorher zu sehen. Und haut die Abos raus. Haut die Likes raus. Haut die Kommentare raus. Und tschüss. 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 Tschüss.